Mama! Da steht ein Glas ohne Flasche. Darf ich jetzt? So liebe Leute, wir haben ja 100.000 Videoaufrufe erreicht. Deswegen haben wir uns natürlich nicht nehmen lassen, hier Daniel und ich, uns einer kleinen Challenge zu widmen, die ziemlich beliebt auf YouTube ist, die aber fast keiner schafft. Deswegen haben wir natürlich gedacht, wir awesome people machen das auch. Wenn ich die Verpackung gerade aufkriege, mach mal auf. So, da muss man wieder ein bisschen hier technikmäßig gucken. Ach du Scheiße. Wie viel muss er denn drauf? Zum Guten oder was? Ich glaube, das reicht schon voll. Ja, ich glaube, das wird so oder so nicht überleben. So, Kenners, zum Wohl. Boah, ich würde erst mal... Lass dich essen. Was? Let's go. Cheers. Ich wollte eigentlich... Boah. Lass mich erst mal... Boah, ich muss erst mal... Ich habe so Angst, ich habe zu viel gesehen, glaube ich. So, let's go. Ab geht's. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Lass mich nicht. So was bitterlich ist, in meinem Leben hab ich das nicht probiert. So, dann ein bisschen klumpen. Boah, ich bin sehr nett. Was ist das bitter? Tasty! So. 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 Das ist doch bitter. So. 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 . So. 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 so.